Gerne ein wenig mehr Funktionen und automatisierte Abläufe unter Windows? Zum Beispiel einen Umschalter im Explorer, um Dateierweiterungen anzuzeigen oder um versteckte Ordner und Dateien ein- und auszublenden, die Buttonbeschriftung der Taskleiste ein- und auszuschalten, Programme oder Apps mit einer selbstgewählten Tastenkombination zu starten, vordefinierte Texte mit einer Tastenkombination einzufügen, egal in welchem Programm, die ASCII-Codes, welche eigentlich nur mit dem Zahlenblock eingegeben werden können, auch auf der Zahlenleiste zu haben, vordefinierte Abkürzungen automatisch ausschreiben zu lassen, festgelegte Links in einem neuen Fenster oder einem neuen Tab zu öffnen oder sogar mit einem speziell definierten Browser, nicht vorhandene Tasten zu drücken, wie eventuell NumLock oder die Stummschaltung oder Befehle, welche in Programmen unterschiedliche Tastenkombinationen haben, auf ein und dieselbe Taste bringen. Hier zum Beispiel die Rücksetzung des Zooms auf 100% mit der Windows-Taste und Y in diversen Programmen. All das und noch viel mehr ist mit einem kostenlosen Programm und ein paar Kodierzeilen problemlos möglich. Ja, um das alles zu bewerkstelligen, benötigen wir das Programm AutoHotkey. Das ist eine kostenlose und quelloffene Skriptsprache für Windows. Beim Download gibt es zwei Möglichkeiten. AutoHotkey Version 2 oder 1. Beide Versionen funktionieren einwandfrei. 1.1 ist einfach die alte Version, welche nicht mehr weiterentwickelt wird. Deshalb nehme ich natürlich die aktuelle Version. Kleine Zwischenbemerkung, bei der aktuellsten AutoHotkey 2 Version, 2.0.11, scheint es einen Bug zu geben. Deshalb empfehle ich allen Interessierten, die Version 2.0.10 zu verwenden, bis der Fehler korrigiert ist. Downloadlink ist in der Videobeschreibung. AutoHotkey gibt es bereits seit 20 Jahren. Es ist ein hervorragendes Programm, um Windows-Abläufe, Funktionen, Tastenkombinationen etc. mit ein paar wenigen Zeilen selber zu programmieren. YouTube-Videos dazu auf Deutsch sind aber selten. Deshalb mache ich jetzt auch dieses Video. Um das Programm kurz zu zeigen. Ja, Programm ist bereits runtergeladen und installiert. Dann können wir auch schon loslegen. Wenn ich jetzt auf dem Desktop oder meinetwegen auch im Dateimanager auf einer freien Stelle Shift und die rechte Maustaste drücke, gibt es bei Neu den Eintrag AutoHotkey Script. Damit kann ein neues, leeres Script erstellt werden. Hier kann man, falls nötig, den Speicherort abändern. Und wir verpassen dem Ganzen einen neuen, schönen Namen. Mit dem Button Create wird dann einfach eine Datei erstellt und gespeichert. Und mit dem Button Edit wird die Datei erstellt und auch gleich zur Bearbeitung geöffnet. Ich erstelle hier erstmal nur die Datei. Jetzt habe ich hier die vorbereitete AutoHotkey Datei. Die kann ich auswählen und mit Shift unter rechten Maustaste dann über den Eintrag Edit Script bearbeiten. Anschließend muss einmalig das Programm zur Bearbeitung ausgewählt werden. Ich nehme hier mal den Editor, weil das jeder auf dem Rechner hat. Ich persönlich bevorzuge das Notepad++, weil es mehr Funktionen bietet und auch die Zeilen nummeriert sind. Ist gerade beim Programmieren sehr hilfreich. Aber der Editor tut es hier zu Demonstrationszwecken auch. So, dann programmieren wir mal eine Tastenkombination zum Starten eines Programms. Geben wir mal Doppelkreuz, 3, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Run und in Anführungszeichen Taskmanager ein. Was das alles nun genau bedeutet, erkläre ich gleich. Ich speichere erstmal die Datei, gehe zurück zum Desktop und starte das Skript mit einem Doppelklick. Nun ist das Skript aktiviert. Das ist auch im Infobereich ersichtlich, wenn hier das grüne H erscheint. Wenn ich jetzt die Windows-Taste und die 3 drücke, sollte eigentlich was passieren. Ich gucke. Jupp, der Taskmanager wird geöffnet. So wie ich das vorgesehen habe. Zur Erklärung, was ich da jetzt genau programmiert habe. Raute und 3 bedeutet Tastenkombination Windows-Taste und die 3 aus der Zahlenreihe. Wieso die Raute Windows-Taste bedeutet, erkläre ich auch gleich noch. Dann zweimal Doppelpunkt, das ist der Abschlussbefehl für die Tastenkombination. Also quasi die Aktivschaltung für die vorher definierte Kombination. Nach dem Doppelpunkt kann definiert werden, was passieren soll. Ich habe den Befehl Run eingegeben, was so viel heißt wie Starten oder Ausführen. Und dann in Anführungszeichen habe ich noch das Programm definiert, welches gestartet werden soll. In diesem Fall der Taskmanager. Bei Programmen, die standardmäßig mit Windows mitgeliefert werden, reicht so eine verkürzte Angabe zum Programm. In der Videobeschreibung befindet sich ein Link zur DeskModer-Website, bei der alle Windows-Programme aufgehört sind, wo eine verkürzte Angabe reicht. Bei zusätzlich installierten Anwendungen muss meistens der vollständige Pfad zur Datei definiert werden. Beispiel dazu folgt. Kommen wir aber zurück zur Raute-Taste. Bei Auto-Hotkey werden die Modifier-Keys oder zu Deutsch Umschalttasten mit diversen Symbolen definiert. Das Raute-Symbol bedeutet eben Windows-Taste, das Ausrufezeichen heißt Alt-Taste, das Zirkumflex Control- bzw. Steuerungstaste, Plus ist die Shift-Taste und so weiter. Kann alles auf der Auto-Hotkey-Webseite nachgelesen werden. Zur Vereinfachung werde ich mal die wichtigsten Bezeichnungen als Info am Anfang des Scripts hinzufügen. Hier vielleicht auch noch kurz zur Erklärung. Jeder Text, welcher im Script hinter einem Semikolon steht, ist nur informativ. Eine Bemerkung. Beim Durchlaufen des Scripts wird dieser Text nicht berücksichtigt. Es gäbe hier noch eine zweite Möglichkeit, Hotkeys, also Tastenkombinationen zu definieren. Man kann die Kombination auch ausschreiben. Hier ein Beispiel für denselben Befehl wie vorhin. L-Win, also die linke Windows-Taste und die vier von der Zahlenreihe öffnen wiederum den Taskmanager. Bei dieser Methode müssen die Kombinationen jeweils durch ein kaufmännisches Plus ergänzt werden. Die Herangehensweise ist also ein bisschen anders, aber das Resultat bleibt dasselbe. Ist auch wieder alles auf der Auto-Hotkey-Webseite beschrieben. Ich werde aber im weiteren Verlauf bei der Symbolvariante bleiben. So, lassen wir noch eine andere Anwendung starten. Die Zeichentabelle. Macht das Sinn? Wer weiß, ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Dokument speichern. Und da das Script bereits läuft, muss ich es reloaden, damit die neue Befehlszeile übernommen wird. Oder ich müsste die Anwendung schliessen und neu starten. Und es funktioniert. Okay, machen wir noch ein Beispiel, wo der vollständige Pfad zur Anwendung angegeben werden muss. Lassen wir mal den Chrome-Browser starten. Eigentlich würde es in diesem Fall ausreichen, wenn ich nur run und in Anführungszeichen chrome.exe eingebe. Aber es gibt Programme, bei denen der ganze Pfad, wie jetzt hier gezeigt, notwendig ist. Datei danach wieder speichern. Und das Script neu starten, damit die Änderungen auch übernommen werden. Und Chrome startet wie gewünscht. Bei Microsoft Apps, Apps aus dem Microsoft Store oder Programmen, welche sich trotz vollständig aufgeführten Pfaden nicht öffnen lassen, fakle ich jeweils nicht lange rum und suche stundenlang im Web nach einer Lösung. Da mache ich jeweils eine Verknüpfung zum Programm, auf dem Desktop oder wo auch immer, verfrachte die Verknüpfung dann in einen Ordner meiner Wahl und passe den Namen der Verknüpfung gegebenenfalls noch an. Anschließend gebe ich im Script dann einfach den Run-Befehl und den Pfad zur Verknüpfung ein. Anstelle einer Exe-Datei wird hier einfach die LNK-Datei geöffnet, welche ja wiederum zum Programm führt. So lässt sich eine Applikation genauso gut starten. Auch Dateien lassen sich auf diese Weise natürlich direkt öffnen. Man gibt einfach den Run-Befehl ein und den Pfad zur Datei. Wenn es sich um eine Textdatei handelt, also etwa so. Dann wird einfach das Dokument mit dem dazugehörigen Standardprogramm geöffnet. So, kommen wir aber zu etwas anderem. Texte einfügen. Wird wie folgt gemacht. Auch hier wieder einen Hotkey definieren, aber anstelle eines Run-Befehls setzen wir einen Send-Befehl und dahinter in Anführungszeichen den Text oder die Tastenkombinationen, welche getippt werden sollen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mit Send-Text wird alles umgehend als reiner Text eingefügt. Send-Input wird eigentlich mehr zum Senden von Tastenkombinationen verwendet. Spielt in diesem Fall jetzt aber keine große Rolle, da der Text keine Zeichen enthält, welche als Modifier-Symbole gedeutet werden könnten. Schauen wir, ob es funktioniert. Send-Text, keine Probleme. Send-Input, einwandfrei. Es kann auch nur der Befehl Send verwendet werden. Send und Send-Input sind in etwa gleich, also mehr für Tastenkombinationen als das Einfügen von Texten. Da ich hier einen zweizeiligen Text einfügen will, welcher nach dem Wort großartig einen Enter-Befehl enthält, kann ich nicht Send-Text verwenden, da sonst Auto-Hotkey großartig Enter bis bald als Text auf einer einzigen Zeile einfügen würde. Und nicht wie beabsichtigt großartig, dann einen Enter-Befehl und auf der zweiten Zeile bis bald. Ich hatte ja im Intro erwähnt, dass das Einfügen von Texten in jedem Programm funktioniert. Versuchen wir es also mal in Microsoft Word. Und natürlich geht es problemlos. Ja, je nachdem was man vorhat, muss man ein bisschen rumprobieren, welche Send-Methode nun am besten funktioniert, um das gewünschte Resultat zu erreichen. Auch das automatische Ausschreiben von vordefinierten Abkürzungen funktioniert in jedem Programm. Oder besser gesagt in jedem Programm, bei dem man Texte einfügen kann. Sowas muss ja anscheinend genau erklärt werden. Sonst kommt sicher wieder ein schlauer Kommentar wie Ich habe versucht, einen Text in 7-Zip einzufügen und es geht nicht. Ich habe hier zwei Möglichkeiten für Tastenabkürzungen definiert. Im ersten Beispiel wird die Abkürzung MFG zu freundliche Grüße umgewandelt. Passiert aber nur, wenn man nach der Abkürzung MFG einen Leerschlag, ein Enter, Tab etc. ausführt. Beim zweiten Beispiel wird die Abkürzung VLD umgehend, also während man noch tippt, zu vielen lieben Dank ausgeschrieben. Für die erste Variante, bei der die Abkürzung noch mit Enter oder Leerschlag bestätigt werden muss, schreibt man im Skript zweimal Doppelpunkt, dann die Abkürzung, dann wieder zweimal Doppelpunkt und dahinter den Text, welcher erscheinen soll. Für eine sofortige Umwandlung der Abkürzung während des Schreibens definiert man Doppelpunkt, Stern, Doppelpunkt, dann die Abkürzung, zweimal Doppelpunkt und dahinter wieder den Text. So, als nächstes nehme ich eine Neubelegung von Tasten vor. Bei einer Tastatur mit Schweizer Layout gibt es, wie beim deutschen Layout, die Umlauttasten. Aber wir haben auf diesen Tasten zusätzlich noch die französischen Akzente. E-Axon-Aigu, E-Axon-Graf und A-Axon-Graf. Wenn ich also die Shift-Taste und einen Umlaut tippe, erscheint kein grosses Ö, Ü oder A, sondern einer dieser französischen Akzente in Kleinschrift. Wenn ich also einen grossen Umlaut haben will, muss ich Caps Lock, also die Feststelltaste drücken, dann den gewünschten Umlaut und anschliessend wieder Caps Lock, um die Grossschreibung zu deaktivieren. Ist also ein bisschen umständlich. Und da ich zu 99,9% auf Deutsch schreibe, programmiere ich das Ganze mal um. Ich definiere für die Tastenkombination Shift, welche mit einem Plus symbolisiert wird, und den entsprechenden Umlaut eine andere Funktion. Also beim Ü wird nun anstelle des E-Axon-Graf ein grosses Ü generiert. Auto-Hotkey fängt also den eigentlichen Input ab und ersetzt ihn mit dem, was ich definiert habe. Damit ich weiterhin die Möglichkeit habe, die französischen Akzente zu tippen, lege ich diese einfach auf die Tastenkombination CTRL, also STRG, in Auto-Hotkey symbolisiert mit einem Circumflex, und den entsprechenden Umlaut. Machen wir hier wieder einen Funktionstest. Shift und Grossbuchstaben funktioniert. Französische Akzente über CTRL geht auch. So kann fast jede Taste mit einer anderen Funktion belegt werden. Und es muss auch nicht zwingend eine Umschalttaste wie CTRL, SHIFT, ALT oder ALTGRAPH mit einbezogen werden. Ich könnte zum Beispiel die Taste L mit folgendem Befehl zu einem Backslash umfunktionieren. Oder anstelle eines grossen Hs kann ich ein Fragezeichen setzen mit plus H Doppelpunkt Doppelpunkt Fragezeichen. Denn der Befehl sendText ist unter Umständen nicht mal nötig. Da muss man halt ein bisschen herumexperimentieren. Aber genug davon. Kommen wir zum nächsten Thema, Webseiten öffnen. Das streife ich nur kurz an, da es in etwa gleich ist wie ein Programm öffnen. Hier bei der ersten Seile habe ich definiert, dass mit der Windows-Taste und Ö die Seite meines YouTube-Kanals geöffnet wird. Heißt, die Webseite wird einfach mit dem Standardbrowser geöffnet. Was bei mir Firefox ist. Falls der Browser bereits geöffnet ist, wird die Seite dann einfach in einem neuen Tab geöffnet. Bei der zweiten Seile wird ebenfalls meine Webseite geöffnet. Hier habe ich aber definiert, dass die Seite mit dem Chrome-Browser geöffnet werden muss. Und auch hier, falls der Browser bereits läuft, gibt es einen neuen Tab. In der dritten Seile eigentlich nochmals dasselbe. Mit dem Unterschied, dass der Chrome-Browser die Seite in einem neuen Fenster öffnen muss. Funktionstest, Standardbrowser, neuer Tab, jup, öffnen mit Chrome in einem neuen Tab, jup, öffnen mit Chrome in einem neuen Fenster, jup, und nochmals jup. Kommen wir zu Tasten, welche unter Umständen nicht auf dem Keyboard vorhanden sind. Aufmerksame Zuschauer haben ja bemerkt, dass ich hier eine kompakte 65%-Tastatur in Betrieb habe. Zahlenblock fehlt also und somit natürlich auch die NumLock-Taste. Da ich aber unbedingt die NumLock-Taste benötige, aus welchem Grund auch immer, schreibe ich mir eine entsprechende Funktion ins Script. Hier habe ich definiert, dass die Tastenkombinationen SHIFT, ALTGRAPH und N die NumLock-Taste bilden. Und als weitere Beispiele SHIFT, ALTGRAPH und M als Mute-Taste, also Stummschaltung, und SHIFT, ALTGRAPH und Komma als Medien-Play-Pause-Taste. Die Tastenliste kann auf der Outdoor-Hotkey-Webseite eingesehen werden. Machen wir wieder einen Funktionstest. Play-Pause funktioniert. Stummschaltung auch. NumLock ebenso. Kommen wir zu einer Funktion, die heutzutage wahrscheinlich niemand mehr verwendet. Die ALT-Codes oder ASCII-Codes. Bei einem Full-Size-Keyboard hat man die Möglichkeit mit der ALT-Taste und einem Zahlencode, welchen man auf dem Zahlenblock eingibt, Buchstaben, Zahlen, Zeichen und Symbole zu erzeugen. ALT und 64 ergeben zum Beispiel das AT-Zeichen, ALT und 92 den Backslash, ALT 13 oder 14 Musiknoten und so weiter und so fort. Wird wie gesagt heute wahrscheinlich kein Schwein mehr brauchen, aber zu MS-DOS-Zeiten war es je nachdem hilfreich, wenn man die wichtigsten Zeichen und Kombinationen kannte. Ich persönlich verwende diese Funktion auch heute noch häufig. Deshalb musste ich mir, nachdem ich auf eine 10 Keyless Tastatur gewechselt habe, was überlegen, um die ALT-Codes weiterhin nutzen zu können. Denn diese funktionieren auf dem Zahlenblock, aber nicht mit der Zahlenreihe. Zum Glück konnte ich das mit Auto-Hotkey lösen. Hier habe ich definiert, dass wenn ich die linke ALT-Taste und die 1 in der Zahlenreihe drücke, der ALT-BeWähl und die 1 vom Numpad, also vom Zahlenblock, ausgespuckt wird. Und das musste ich natürlich für alle Zahlen so machen. Wenn ich jetzt ALT gedrückt halte und eine Zahl aus der Zahlenreihe antippe, ist es zum Beispiel nicht eine gewöhnliche 1, sondern eine 1 vom Zahlenblock. Ich hoffe, das ist einigermassen verständlich. So habe ich weiterhin die Möglichkeit mit einer 10 Keyless oder einer noch kleineren Tastatur die ALT-Codes weiterhin zu nutzen. Einen Link zu allen verfügbaren ALT-Codes findet ihr in der Videobeschreibung. So, als nächstes greifen wir mal ein bisschen in die Eingeweide von Windows. Ich habe hier zwei Skripte. Eines um Dateierweiterungen im Windows Explorer oder auf dem Desktop ein- und auszuschalten und eines um versteckte Ordner und Dateien ein- und auszublenden. Skripte sind schon vorbereitet, Erklärung wird aber folgen. Wenn ich hier nun das Skript Toggle File Extension aktiviere, werden die Dateierweiterungen angezeigt. Oder auch nicht. Wie ich gerade sehe, habe ich etwas Wichtiges übersehen. Auto-Hotkey will das Skript nicht starten. Oder besser gesagt, kann es gar nicht starten. Weil Toggle File Extensions ein Auto-Hotkey Version 1-Skript ist. Und ich habe ja die 2er Version installiert. Da der Code in der 2er Version leicht angepasst wurde, erkennt Auto-Hotkey die vorliegende Skript Funktionen nicht. Oder besser gesagt noch nicht. Zum Glück kann ich das ganz einfach lösen. Ich werde einfach die 1er Version nachinstallieren. Das sind nur 2-3 MB, welche nachgeladen werden müssen. Wenn man nicht gerade mit einem 56 KB Modem im Netz unterwegs ist, geht das rucki zucki. Die beiden Versionen können dann parallel betrieben werden, die werden sich untereinander nicht streiten. Und sobald die Anwendung installiert ist, sollte auch das Skript funktionieren. Und das tut es. Hier gleich noch eine Zwischenbemerkung. Falls man Auto-Hotkey Version 1 und 2 in Betrieb hat, empfehle ich folgende Einstellungen bei den Launch Settings im Auto-Hotkey Dash. Auto-Detect, falls nicht schon vorausgewählt. Denn dann prüft Auto-Hotkey, ob das Skript einen 1er oder 2er Code enthält. Und startet dann die passende Version. Bei Preferred Interpretator jeweils den Latest Eintrag und die 64-Bit Version. Es sei denn, man hat einen 20-jährigen Rechner am Start, dann nimmt man halt die 32-Bit Version. Anschließend kann man noch auswählen, was passieren soll, falls Auto-Hotkey das vorhandene Skript nicht zuordnen kann. Version 1 oder 2 erzwingen oder den User rückfragen. Und bei try to identify version based on syntax setzt man auch den Haken. Und das war's. Solange ich nicht Version 1 und 2 Codes vermische, sollten künftig alle Skripts automatisch mit der richtigen Programmversion geöffnet werden. Hier noch schnell eine kurze Erklärung, was das Skript nun genau macht. Es enthält keine Hotkeys. Heißt, es muss nicht mit einer Tastenkombination aktiviert werden. Sobald man einen Doppelklick macht, läuft das Skript durch, erledigt seine Aufgaben und schließt sich danach wieder. Als erstes wird hier geprüft, ob der Windows Explorer oder der Desktop das aktive und ausgewählte Fenster ist. Ist dies der Fall, springt das Skript zum Punkt Toggle File Extensions. Wenn nicht, wenn also Word oder ein Browser das aktive Fenster ist, springt es zum Punkt Exit Script. Dort ist nur der Befehl Exit App enthalten, welcher die Anwendung umgehend schließt. Im Punkt Toggle File Extensions sind dann die Schritte aufgeführt, welche ausgelöst werden sollen. Als erstes wird der momentane Wert von Hide File X in der Registry gelesen. Das ist entweder 0 oder 1. Anschließend wird der vorhandene Wert ersetzt. Ist der Wert 0, wird eine 1 gesetzt. Ist es eine 1, wird der Wert 0 gesetzt. Damit das Ganze dann auch noch auf dem Bildschirm so erscheint, muss die Anwendung aktualisiert werden. Dazu wird einfach ein Send Befehl für die F5 Taste ausgelöst, welche im Explorer, im Browser und anderen Anwendungen die Ansicht aktualisiert. Ja, und das war's. Script ist danach wieder beendet. Das zweite Script funktioniert in etwa gleich. Da heißt es anstelle von Hide File X einfach Hidden. Nun macht es natürlich keinen grossen Sinn, in jedem Ordner, bei denen man die Einstellungen umschalten will, die beiden Skripte zu platzieren. Deshalb verpflanze ich beide Scripts in meinen Ordner, welchen ich vorhin erstellt habe. Und mache dann einfach eine Verlinkung in meinem Hauptscript zu diesen beiden Skripten. Ich definiere hier noch Hotkeys, Alt Graph und 9 für Toggle File Extension und Alt Graph und 0 für Toggle Hidden Files. Auf diese Weise kann ich nun, egal wo ich im Explorer unterwegs bin, mit den beiden Tastenkombinationen die Dateierweiterungen oder versteckte Ordner und Dateien ein- und ausblenden. Ich könnte den Code der beiden Dateien natürlich auch in meinem Hauptscript integrieren. Aber ich habe sowas gerne getrennt. Lieber ein kompaktes Hauptscript, mit welchem ich dann weitere Skripte auslösen kann. Außerdem müsste ich die Codes für AutoHotkey 2 anpassen. Ich habe hier noch zwei weitere Skripte erstellt und in meinen Ordner abgelegt. Eines, um die Beschriftung der offenen Programme in der Taskleiste ein- und auszublenden. Und eines, falls der Chef kommt. Mal schauen, wie gut die funktionieren. Anscheinend gar nicht. Ja, solche Meldungen sehe ich leider viel zu häufig. Ist nichts Schlimmes. Heisst einfach, dass ich beim Programmieren einen Fehler gemacht habe. Bei der Zeile 56 ist etwas falsch. Genau solche Meldungen sind der Grund, weshalb ich das Notepad++ mit der Zeilenauflistung bevorzuge. Aber ich sehe bereits das Missgeschick. Beim letzten Eintrag habe ich den AutoHotkey Abschlussbefehl nicht korrekt geschrieben. Ich habe hier nur einen Doppelpunkt gesetzt anstatt zwei. Naja, wenn es weiter nichts ist, das ist zum Glück schnell korrigiert. Neuer Versuch. Beim Script Toggle Boss werden alle aktiven Anwendungen minimiert, die Stummschaltung aktiviert und die Taskleiste ausgeblendet. Falls also mal eine neugierige Person im Anmarsch ist, kann ich mit Shift Alt Graph und B das Schnüffeln unterbinden. Und mit Shift Alt Graph und der Leertaste kann ich die Taskleistenbeschriftungen ein- und ausblenden. Ich werde ein paar Skripte in Google Drive zur Verfügung stellen. Sollte sich jemand dafür interessieren, Sie können dort runtergeladen, begutachtet, abgeändert und weiterentwickelt werden. Nutzung erfolgt natürlich wie immer auf eigene Gefahr. So, kommen wir zum letzten Punkt. Funktionen, welche in Programmen unterschiedliche Tastenkombinationen voraussetzen. Die meisten kennen ja die Tastenkombinationen Ctrl C, Ctrl V und Ctrl X. Zum Kopieren, Einfügen und Ausschneiden von Texten, Dateien und so weiter. Diese Tastenkombinationen funktionieren in den meisten Fällen systemweit. Also egal ob man im Windows Explorer, in einem Browser, im Notepad, in Word, Excel oder sonst wo arbeitet. Dies gilt leider nicht für jede Funktion. Das Zurücksetzen des Zooms auf 100% ist nicht einheitlich. Hier beim Editor erfolgt die Rücksetzung mit der Kombination Ctrl und 0. Auch bei Firefox, Chrome und anderen Browsern kann Ctrl und 0 gedrückt werden. Ebenso bei der Fotoanzeige. Nicht aber beim Adobe Acrobat Reader. Dort wird die Rücksetzung nicht mit Ctrl und 0 ausgelöst, sondern mit Ctrl und 1. Auch bei Urban View funktioniert es nicht mit Ctrl und 0. Hier müsste Shift und W gedrückt werden, um das Bild ins Fenster anzupassen. So haben viele Programme ihre eigenen Tastenkombinationen. Aber ich will das Ganze nun ein bisschen vereinheitlichen. Deshalb definiere ich mal den Hotkey, Windows-Taste und Y und setze darauf den Send-Befehl mit Ctrl und 0. Damit kann ich also nun im Notepad, in den Browsern und der Fotoanzeige das Zoom zurücksetzen. Natürlich kann auch weiterhin Ctrl und 0 benutzt werden. Der ursprüngliche Befehl wird ja dadurch nicht aufgehoben. Damit derselbe Hotkey auch im Acrobat Reader funktioniert, mache ich für dieses Programm einen Hot-If-Befehl. Das heißt, die Tastenkombination steht nur zur Verfügung, wenn die entsprechende Anwendung aktiv ist. Auch hier verwende ich wieder den Hotkey, Windows-Taste und Y. Aber beim Send-Befehl setze ich nun die Tastenkombination Ctrl und 1. Denn das ist ja der Befehl, welcher beim Reader benutzt werden muss. Machen wir eine kurze Funktionskontrolle. Beim Notepad-Editor funktioniert es. Bei der Fotoanzeige auch. Und im Adobe Reader geht es auch. Und so einen Hot-If-Befehl wiederhole ich nun für alle Programme, bei welchen ich eine ähnliche Funktion benötige. Also Route, Hot-If, Win-Active. Dann in Klammern und Anführungszeichen angeben, für welches Fenster es gelten soll. In diesem Fall AHK-Exit, also für das ganze Programm. Und anschließend noch den Namen der Anwendung. Dann überall der Hotkey Windows-Taste und Y und die Tastenkombination, welche im entsprechenden Programm gesendet werden soll. Wenn man den korrekten Namen des Programmes nicht weiß, kann man ihn über die Eigenschaften der Anwendung oder des entsprechenden Links herausfinden. Die Tastenkombination für die Rücksetzung des Zooms, oder welche Funktion auch immer, muss halt im Programm selber rausgesucht werden. Oder sonst hilft vielleicht Google. Machen wir auch hier nochmal einen Funktionstest. Irwan view ok. Notepad++ funktioniert. Gimp save. Ja, das waren einige Beispiele für Auto-Hotkey. Man könnte mit dem Programm auch kleine Anwendungen mit Benutz-Oberfläche und allem drum und dran erstellen. Es ist sicher kein Ersatz für Python, Java, C++ oder was auch immer. Aber es ist ein hervorragendes Tool, um schnell und mit wenig Aufwand Abläufe und Funktionen zu programmieren. Die Anwendung ist nur ein paar Megabyte gross und alles was zum Programmieren benötigt wird, ist das Notepad, welches bereits in Windows enthalten ist. Hallo. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Filutec. Einige Skripte habe ich wie gesagt in Google Drive abgelegt. Diese können gerne begutachtet und weiterverwendet werden, natürlich auf eigenes Risiko. Weitere Skripte werde ich nicht liefern. Denn auf der Auto-Hotkey-Webseite sind alle nötigen Informationen vorhanden, um mit dem Programmieren beginnen zu können. Und im Netz sind zahlreiche weitere Skripts zu finden. Man muss halt ein bisschen suchen. Was ich aber noch erwähnen möchte. Die Tastenkombinationen, welche ich in diesem Video gezeigt habe, funktionieren für mich. Muss nicht heissen, dass sie auch bei euch reibungslos funktionieren. Je nach Windows-Version, Tastatur-Layout und den verwendeten Programmen sind die Tastenkombinationen bereits in Gebrauch. Es sollte also darauf geachtet werden, dass man keine systemrelevanten Tastenkombinationen mit Auto-Hotkey abfängt, doppelt belegt oder deaktiviert. Auch da muss man vielleicht ein wenig herumprobieren. So, das war's jetzt aber. Habt eine schöne Zeit und bleibt gesund! Das war's jetzt! Ich hoffe, es war enorm. Es ist die Zeit zur Verkauf der Zahnräder. Ich hoffe, es war sehr, sehr gut. Ich hoffe, es war sehr, sehr gut. Ich hoffe, es war sehr kolejig. Vielen Dank.